ein neuer tag ein neuer booster herzlich willkommen zum täglichen booster hier auf meinem kanal die siebte macht immer noch hier am start ein wasser zauber stein es waren gleich zwei mit einmal 100 lebenspunkte die hatten wir glaube ich auch noch nicht gezogen dann haben wir wiege der trügerischen hoffnung ungriger drache führer zum zentrum der dämonenwelt hand der leere schwarzer regen kthulhu schwarm eine rare karte tränen des verderbens und die holo heute hier steht jetzt zweimal rr könnt ihr das hatte ich noch nie satan es ist ein herrscher aber mit nur einer seite sehr ungewöhnlich aber ich bin auch gerade so ein bisschen sprachlos ihr merkt das jetzt bestimmt ja ich frage mich jetzt tatsächlich ob das ein fehl druck ist musste ich nachher mal gucken auf jeden fall bin ich happy eine doppel r karte herrscher satan nice ja das war es dann schon wieder mit der heutigen folge und wenn ihr mehr sehen wollt dann sehen wir uns in der nächsten episode wieder bis dahin ciao